Verkehrspolizei, wir halten uns an die Regel, wir sind heute mit dem BMW X3 unterwegs und ich würde sagen, let's go! So, wir haben keinen Einsatz. Wir fahren nach den Verkehrsregeln. Das klingt immer gut. So, Leute. Solange wir keinen Einsatz haben, verhalten wir uns an die Verkehrsregeln. Bei der Bank ist was, okay. Fahre ich mal hin. Ah, ich war zu schnell. Okay, der hat nix. Und jetzt hier. Lass auch gerne ein Like und ein Abo da, das hat heute nämlich riesige Unterstützung. Ja, da kommt mein Kollege. Ja, mein Kollege ist hinten. Das ist ein R8. Das ist keine Poliz... Eine Vendingmaschine. Fangen wir den mal hinterher. Jetzt fangen wir einfach den hinterher. Anhalten bitte. Die Polizei anhalten. Der ist hier untergefahren. Hab ich gesehen. Die Polizei anhalten. So, meine Küchen ist. Die Polizei anhalten. Bist du in der Indik. Schützung, mal gucken wo die hingefahren sind, vielleicht noch ein bisschen leiser, wahrscheinlich geradeaus, weil ich habe das nicht gesehen, wo die dann, ah da fahren geradeaus, gucken uns auf die Seite, hier wird auch ausgeraubt, Blaulicht anlassen bitte, keine mehr, ist alles wieder auf Streife, lasst doch gerne Like und Abo da, habe ich schon gesagt, aber egal, ich spiele auch andere Spiele dann im nächsten Video, und ja, der tut uns ab, links gucken und nach rechts gucken, da steckt eine G-Klasse, wahrscheinlich Polizei, aber 5, 4, keine Polizei, deswegen gucken wir in die App, wahrscheinlich ist er hier drüben, oder hier, ich habe keine Leiter, vielleicht kommt man hier rein, vielleicht sehe ich ihn von hier, bleib mal hier, Kollege, ich fahr mal, kurz hier hin, da fahr ich aber nicht kurz hier rein, Waffe rausholen, eigentlich ist er für die Verkehrspolizei MP5, deswegen gucken wir jetzt erstmal, ob er hier wo ist, ob er hier wo ist, kann ich im Moment Waffen haben, deswegen gucken wir hier mal, ist ja aber keine, wahrscheinlich teamt er wieder, okay, das war noch Wanted, ein Busfilmer, soll ich ihn abholen, einmal kurz hier, wieder einmal hier, jetzt einmal kurz blinken, darf ich nur 50 fahren, dein Auto ist nicht kaputt, dein Auto ist nur Wasser, das wegen halte ich mal für den Kollegen an, und fahr weiter, so, so, lass gerne eine Leike da, bis jetzt habe ich den Container, er bleibt bei mir im Auto, okay, Container wird überfallen, und jetzt hab ich gleich auf Einsatz, erstmal so, dass ich deniguier weg bin, und so, also, daizadoim ist ja, ich bin ein paar Tore, da ist ein paar Waffen, und zwar, ich bin ein paar Hände, ich bin ein paar Waffen, aber ich bin ein paar irgendwie wäre ich, das kann nicht so, dass ich ganz viel geschlafen, Waffen ich bin, da bin, das gehört, jetzt sind die B Brooke instagram, Warum, ich bin ein paar Waffen? Ja, der andere wird auch ausgerupt. Okay, ich glaube, ich war etwas zu schnell. Weil der Grüne kann nicht so schnell ausgerupt sein. Ich sehe sofort mit Blaulicht hin. Das ist ein Lambo. Und den schnapp ich mir mal. Der hat eine Energy. Wir suchen das zu tasern. Redet Energies. Haben wir jetzt nicht getroffen. Dann habe ich keine Energies mehr. Der ist nicht mehr. Die ist nicht mehr. Die ist nicht mehr. Der ist nicht mehr. Äh, keine Ahnung was hat er meint. Wie oft noch? Findet ihr mal ne Videos scheiße? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht glaubt nicht, dass meine Videos scheiße sind, oder? Wo sind die? Die sind wahrscheinlich noch im Wasser irgendwo. Ich bleib hier stehen. Ah, es wird auch rausgeraubt. Aber ich bleib hier stehen sonst. So, dann kann ich hier die StopSix platzieren. Ich fordere mal Unterstützung an. Mal gucken, ob die kommen. Wenn nicht, dann haben die Pech. Bei der Gassenkauer. Hm. der Adoptor von der Weiße kommt. Einmal kurz tasern. und dann festnehmen. Guck, der kommt da. Wenn er von hier kommt, kann ich einfach so machen, bevor er aber wieder ins Wasser springt. Er springt wieder ins Wasser, die rastet gleich aus, ohne Spaß jetzt. Aus der Absicht sind erfolgreich erfüllt. Da hab ich keine Infos. Ich will hatte, ja? Kann ich nicht sagen, dass es so viele hat. Ich glaube, ich treffe dir gar nicht mehr. Ich glaube, ich treffe dir gar nicht mehr. Im nächsten Video mache ich, äh, ja, kriminell, äh, aber nur Ego-Persitive. Es wird ein Waffe, Digga. Ich bin ins Wasser geflogen. Und ja, falls das Video zu lange geht, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich riesig freuen. Und warum hat er Waffe? Er wurde ja freigelassen. Einmal Reifen kaputt gemacht. Zweimal Reifen kaputt gemacht. Drei Mal. Vier Mal. War schon in den Knast gebracht. Drei Mal. Vier Mal. War schon in den Knast gebracht. Da war alles kaputt. Genau. Dann guck ich, wie lang das Video schon geht. Ja. Das Video ist zu Ende. Äh, das war jetzt nicht so spannend, wie man es erwartet hat. Das war jetzt nicht so spannend, wie man es erwartet hat. Das war jetzt nicht so spannend. So, man kriegt da 3 XP, wenn man jedem seiner Reifen zerstört. Also wenn man ein Reifen zerstört, 3 XP. Und ja, das Video war nicht so erfolgreich, wie es ich gedacht hätte. Ja, weiß ich nicht, nVolt hier ist Ding. Ich muss das Video leider zu Ende machen. Warte kurz, bin gleich wieder da, solange er noch nicht da ist. Ja. Geht leider nicht. Ich muss das Video leider abbrechen. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Für mich riesige Unterstützung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ciao.